Hallo und herzlich willkommen zu Warum Stand Up. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 30. November 2019. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet, weil mein heutiger Gast ist noch hier und hört mir zu, wie ich dieses Intro einspreche. Okay, aber bevor wir zu meinem Gast kommen, möchte ich ein bisschen Werbung machen und da müsst ihr leider durch und ich werde das die nächsten zehn Wochen machen müssen, aber dann haben wir es geschafft. Am 31. Januar 2020, das ist ein Freitag, zwei Tage nach meinem 27. Geburtstag, aber das tut nichts zur Sache, werde ich meinen ersten 60-Minuten-Solo-Termin spielen und zwar im 10er, Talkehrener Straße 10 in München. Ich spiele 60 Minuten, mein heutiger Gast wird einen Support-Slot spielen und der bisher am häufigsten als normaler Gast hier gewesen seiende Falk Pirczek wird durch den Abend führen, es ist für jeden was dabei und danach wird sogar noch gefeiert, was für mich ein sehr untypisches Verhalten ist. Also nicht entgehen lassen am 31. Januar, 60-Minuten-Solo von mir. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Es handelt sich um einen jungen Mann, der in diesem Podcast schon diverse Male in den höchsten Tönen gelobt wurde und sich endlich dazu äußern kann, weil er jetzt hier ist. Und wir sprechen über seinen Werdegang als Comedy-Autor, was er schon seit sechs Jahren ist mittlerweile und wie er zu dem geworden ist, der er heute ist, nämlich ein absoluter Nerd, was Stand-Up-Comedy angeht. Er ist ein guter Freund von Sebastian Ullrich, weil die beiden sich darüber sehr gut austauschen können. Leute wie ich, die nur so ein mittelmäßiges Gedankengut über Stand-Up-Comedy haben, schlafen da gerne mal ein. Aber wir sprechen über seine bisherige Comedy-Karriere als Autor und als Stand-Up-Comedian und werden ein bisschen deep, indem es darum geht, wie man sich denn jetzt weiterentwickelt, wenn man Hacks nicht mag. Was genau ist ein Hack? Wir erklären es euch. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Johannes Steißlinger. Ja, das ist jetzt die Frage, ob ich dir überhaupt noch Fragen stellen soll oder ob du einfach sprechen möchtest. Nee, ich stelle gerne Fragen. Das ist ja ein Interview-Podcast. Also war es ursprünglich mal, bevor er geheijackt wurde von Leuten, die ihn nutzen, um irgendwelche Agendas zu pushen. Ich habe eigentlich gar keine Agenda. Agenda 2010 war mein letztes Projekt. Sehr gut. Und wie ist das gelaufen? Sehr, sehr gut. Weißt du, Teil der... Also es war ja nicht mal große, es war ja noch rot-grün. Ja, ich bin rot, ja. Du bist rot. Ja, ich habe nachdenkt. Ah, sehr gut. Wie fühlst du dich, dass du, bitte? LOL SPD. Ja, die Partei. Aufkleber von der Partei, den ich in der Hand hängen habe. Wie fühlst du dich, dass du in diesem Podcast schon als große Prodigy und Savior der Münchner Comedy-Szene bezeichnet wurdest? Boah, der habe ich mich echt geschmeichelt gefühlt. Aber auch auf jeden Fall ein bisschen unter Druck gesetzt, aber auf so eine positive Art. Und ich denke dann manchmal dran und denke mir so, ah fuck, ich muss härter arbeiten und muss mehr Gags schreiben. Aber du bist tatsächlich einer der am härtesten arbeitenden Menschen, die wir in der Münchner Comedy-Szene gerade haben. Ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich immer noch so, als würde ich zu wenig machen, als würde ich auch hinter meinen eigenen Erwartungen zurückbleiben. Aber ich habe halt leider so zurzeit ein stressiges Leben, wo ich so sieben Stunden am Tag ackern sollte für mein Studium. Und dann abends noch so kreativ zu sein, ist manchmal schwer. Ja, das ist nach so einem auslaugenden Tag irgendwie nicht einfach. Ich weiß aber auch nicht, ob das arg viel produktiver wäre, wenn ich den ganzen Tag nichts zu tun hätte und dann im Fitnessstudio rumhänge oder bei KFC. Ob dann irgendwie ein gutes Bild am Tag dabei rausspringt, weiß man ja auch nicht. Sind das die zwei Optionen für dich, wenn du viel Zeit hast, entweder Fitnessstudio oder KFC? Ja, am liebsten gleichzeitig. Ich esse dann so ein paar Hot Wings auf dem Elliptical. Das ist aber ein Konzept, oder? Dass du statt Getränkehaltern einfach so einen großen Buckethalter hast. Oh ja, nice. Stimmt. Man muss das Gerät ja eh putzen danach. Also wenn du mit schmierigen Händen noch so auf dem Display rummachst, eigentlich egal. Ja, du hast ja so ein Desinfektionsmittel, das auch fettlöslich ist. Ja, stimmt. Boah, wir werden so reich. Ja, da brauchst du diesen, ja, genau. Ja, sonst hänge ich viel in meinem YouTube-Zimmer ab. Bisschen zu viel. Und ja, ab und zu auch in Cafés oder so. Sehr gut. Ich will jetzt so ein Kaffeetrinker werden ein bisschen. Boah, du bist, du bist kein Kaffeetrinker, dachte ich. Ja, geworden jetzt. Soll ich dir sagen, warum? Wegen dem Gag. Weil du einen Gag hast. Ja, nicht nur. Es klingt jetzt auch ein bisschen süß. Das ist mir auch, bin mir auch dessen bewusst. Aber eigentlich auch ein bisschen wegen Comedians in Cars getting Coffee. Weil ich mir einfach die ganze Staffel, nicht an einem Tag, aber relativ kurzer Zeit hintereinander angeguckt habe, die neue, die kam im Juli raus oder so. Und dann dachte ich mir so, einfach diese Romantik drumherum, so diese Nahaufnahmen, wie das so aus der Maschine rausläuft und dann die Musik und der Löffel klirrt so gegen die Tasse. Ich dachte mir so, mir schmeckt es eigentlich wirklich nicht so, aber ich muss jetzt mit Kaffeetrinken anfangen, weil Seinfeld macht es auch. Ich habe mir das auch mal überlegt, weil ich auch schon überlegt habe, was ich dann erzähle, wenn er mich endlich einlädt. Ja, ja, safe. Aber gab es schon mal eine Comedians in Cars Folge, wo ein Comedian keinen Kaffee getrunken hat? Gute Frage. Ich glaube, ja. Also wenn es jemand war, ist es auf der Welt, dann du. Bestimmt. Ich weiß es nicht mehr alle auswendig, aber das gab es safe. Ja, ja, ja. Es gab ja auch Folgen, wo sie so nicht im Kaffee waren, sondern in einem Diner nur. Mit Louis ist er ja irgendwie mit dem Boot rausgefahren. Genau, aber da haben sie Kaffee auf dem Boot gemacht. Ah, Schweine. Ja, hatte Louis noch mehr Geld, da hat er noch die Kaffeemaschine auf dem Motorboot gehabt. Hat er vor allem noch ein Motorboot gehabt. Ja, ja, genau. Aber hast du dann Angst davor, dass du irgendwie als Exzentriker giltst, wenn du der einzige Comedian in dem Format bist, der keinen Kaffee trinkt? Oder einer der wenigen? Nee, ich glaube, das wäre mir gar nicht so wichtig. Ich würde es aber machen, weil das halt im Titel ist. Ich würde schon Kaffee trinken, auf jeden Fall. Und dann völlig aufgedreht. Leider wirkt es gar nicht mehr so bei mir. Also alles auch so Spezi. Manche sagen ja, ich habe neulich von jemandem gehört, ja, ich kann abends keine Spezi trinken, weil sonst kann ich nicht schlafen. Und ich habe mich noch nie so wenig mit was identifizieren können. Das war, ich kann vier Spezi trinken oder so intravenös während ich schlafe. Das passiert nichts. Also auch bei Red Bull, leider hat das alles den Effekt komplett verloren. Das ist eine komplette Krise. Dann kannst du auf jeden Fall mit dem Kaffee trinken anfangen. Ja, ja, ja. Ich finde ja auch, Kaffee riecht ja auch gut. Ja, das riecht mega. Aber hat mir nie was gegeben. Ich habe tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben drei oder vier ganze Tassen Kaffee getrunken. Dafür habe ich ne schwere Speziabhängigkeit. Also das ist alles. Die habe ich auch, aber das ist auch so der Lifestyle. Das ist einfach das beste Getränk. Also wirklich, Spezi ist, meine Liebe dazu habe ich schon in der Schule entdeckt. Als alle so Alkopops getrunken haben, war ich halt immer noch bei Spezi. Und damals vielleicht nicht so dafür gefeiert, aber jetzt feiere ich mich irgendwie selber danach dafür. Weil ja, es ist einfach ein kultiges Getränk. Allein der Name schon. Und dann einfach die Idee, Cola und Fanta, die alleine schon geile Getränke sind, zu vermischen, ist genius. Also das ist für mich eigentlich fast eine wichtigere und geilere Erfindung als die Glühbirne. Das ist mega. Ich finde es auch schade, dass das im Rest Deutschlands so underappreciated ist. Also mir ist es aufgefallen, wenn du jetzt irgendwie in Köln oder Berlin rumhängst, dann hast du jetzt nicht wirklich. Also du kannst es schon bestellen, es gibt es schon. Aber es ist irgendwie nichts, was die Menschen trinken, was ich nicht verstehe. Ich auch nicht. Was auch erklärt, warum sie ein bisschen schlechtere Menschen sind als wir in Süddeutschland. Ja, ja. Du hast auch diesen SZ-Artikel gelesen über Spezi, ne? Stimmt, ja. Wo die erklärt haben, dass es das in Italien gar nicht gibt. Zwei oder drei Leute haben mir diesen Artikel geschickt. Ja, ja, ja. Aus Gründen. Ja, genau. Ich glaube, ich habe dich auch drin markiert. Das kann sein, ja. Ja, und ein gemeinsamer Kumpel von uns, der auch Spezi feiert. Ja, wir sind so... Garam Salami, kann man ruhig nennen. Ja. Ach, laufen wir eigentlich schon die ganze Zeit? Natürlich. Das ist schon Teil des Podcasts. Was denkst du denn? Ich dachte, das wäre ein Vorgespräch. Nein. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, dass wir einen Podcast machen. Das sage ich ja alles, ist ja alles abgesetzt. Okay. Finde ich sehr authentisch von dir. Ich dachte wirklich, wir unterhalten uns noch so privat. Ja. Jetzt hätte ich aus Versehen fast alles Mögliche erzählt. Okay. Wieso? Und das jetzt, musst du jetzt wieder in deine Stage-Persona zurückziehen. Ja, ja, ja. Ich wurde ja auch noch gar nicht introduced. Das kommt ja alles abgesetzt. Du, ich merke, du hörst den Podcast mit sehr viel... Ja, aber musst du nicht sagen, wir schreiben den 26. November 2019 und ich habe letzte Woche war ich krank und solche Sachen. Genau. Ich dachte, ich wäre hier wieder gesund, aber leider bin ich immer noch krank. Ja, das ist so meine Standardansage, aber das mache ich alles separat. Darf ich da noch dabei sein eigentlich? Wenn du möchtest, können wir das heute gerne machen. Wir können auch so ein Geisel-Foto machen, wo ich so ein Bild, einfach nur eine Zeitung hochhalte, wo 26. November draufsteht und so Hans-Martin-Schleier-Style. Ja, genau. Ja. Die guten alten RAF-Jokes packst du aus. Ja. Nee, aber dieses Spezi-Phänomen ist ja unserem gemeinsamen Freund und Kult-Comedian Falk Pilschek auch aufgefallen. Ja, ja. Und du hast dir eine Eigenart von Falk zu eigen gemacht, deswegen heißt es so, und dir einen Notizzettel geschrieben. Wir haben gerade noch majestätisch Falks Notizzettel entfernt und du hast jetzt deinen eigenen angefertigt mit deinem Lebenslauf unter anderem, hast du gemeint. Ja, nur ganz kurz halt, damit ich das selber nicht, weil ich erinnere mich jeden Tag. Dass du es einfach nicht vergisst. Damit ich das nicht vergesse. Ja, das hätte ich aber auch so gemacht, den Zettel. Jetzt noch so last minute, weil ich komme gerade von einem Mittagessen noch, weil... Weil Johannes heute seinen Geburtstag hat. Ich habe heute Geburtstag und ich muss an meinem Geburtstag arbeiten. Krise. Nein, du musst einen Podcast aufnehmen. Ja, aber macht Spaß. Ich freue mich übrigens über die Einladung, ich freue mich echt da zu sein, weil ich rede eh richtig oft über Stand-Up, aber halt oft mit Leuten, die das nicht hören wollen. Und jetzt darf ich wenigstens eine Stunde erlaubterweise über Stand-Up reden, das ist mega. Ich bin neulich im Auto gefahren mit meiner Schwester nach Prag, weil wir beide noch nie in Prag waren. Sehr schön. Klingt wie ein guter Anfang für eine gute Story. Jetzt haben wir beide bei einem Skype-Gespräch gemerkt und im Auto, ich habe dann halt so ein paar Sachen erzählt, so von meiner Woche, weil es war Freitagnachmittag und dann meinte sie halt so, ja, ganz ehrlich, du redest die ganze Zeit nur von Bomben, Killen und Hacks. Das wird langsam ein bisschen viel. Ja, in dem Moment habe ich es auch gemerkt, meinte dann so, ja, stimmt, sorry. Aber das ist das Zeichen für die ultimative Leidenschaft, das ist doch geil. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber man muss halt auch wissen, dass das nicht jeden so mega interessiert, wie ich jetzt das letzte Nate Bagazzi-Special fand. Das interessiert die Bäckerei-Fachverkäuferin nicht. Das kommt ganz drauf an, warum sie diesen Job macht. Vielleicht will sie auch einfach nur ihre frühe Karriere finanzieren. Ja, vielleicht macht sie auch Selma dann vielleicht, ja. Aber tendenziell neige ich schon dazu, schon viel darüber zu sprechen und dann halt auch alle möglichen Storys, die eher so nebensächlich sind, so irgendwie auszupacken. Irgendwie, keine Ahnung, man isst beim Essen und ich sehe so einen Schnitz Zitrone in meiner Spezi und mache dann halt sofort diesen Hedberg-Joke mit. Ja, Lime. Buoyancy of Citrus. Ja, Buoyancy of Citrus, genau. Wie fandst du das aktuelle Nate Bagazzi-Special? Das Tennessee-Kit? Ja. Das letzte? Fand ich ganz gut. Das mit dem toten Pferd. Ich fand die mit dem toten Pferd sehr, sehr funny. Und ich mag Nate Bagazzi auch, also fand ich echt nicht schlecht, ja. Ja, wie geht's deinem guten Freund Todd Berry? Ich glaube gut, Todd Berry, heute ist der 26. Ich lang nicht mehr angerufen. Oh Gott, jetzt komm ich rüber wie so ein absoluter Creep, der so alles weiß, aber stimmt ein bisschen. Todd Berry ist von 30. November, also falls ihr Todd Berry sehen wollt, der ist von 30. November bis 6. Dezember in Bangkok und macht da Comedy, weil Hongkong zu gefährlich war. Stell dir mal vor, so ein Straßenkampf und Todd Berry läuft so durch. Hey, man. Hey, man. Typical Front Row. Be careful, man. I'm not trying to die. Also quasi ab heute eine Woche. Ah ja, genau, ab heute. Wir schreiben nämlich den 30. 30. Ah, stimmt. Johannes hatte am vergangenen Dienstag Geburtstag. Ah, das ist immer schön. Das ist so eine eigene Grammatikform, die man in Podcasts anwenden muss. Ja. Ja, Todd Berry habe ich zweimal schon live gesehen und wirklich, ich muss echt sagen, ist einer meiner absoluten Lieblingscomedians ever. Super. Also auch live und auch generell die alten Alben, Medium Energy und solche Sachen. Also eine meiner Lieblingserinnerungen war im Mai, als ich ihn gefragt habe, ob er in mein Notizbuch unterschreiben kann. Und er es dann gemacht hat. Und ich danach vergessen habe, ein Foto mit ihm zu machen. Ey. Aber es war ein nettes Kurzgespräch, short and sweet. Aber der ist jetzt auch nicht so der Typ, der so mega aus sich rausgeht. Ja. Also auch nicht Backstage. Aber nett. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja. Aber was ich mich frage ist, warum machen Menschen Fotos mit Prominenten? Ja. Du willst halt irgendwie was haben, was du dann vorzeigen kannst und so sagen, hey, ich war im selben Raum wie der. Ja, klar. Aber wenn du es deinen Leuten erzählst und die es dir nicht glauben, dann sind es einfach nur keine guten Freunde. Ja, stimmt. Und dafür musstest du dem armen Mann so auf den Sack gehen, dass er jetzt fröhlich aussieht. Und dann sehen sie sich das Foto an und denken sich, oh, der sieht aber müde aus. Der muss ein Alkoholproblem haben. Stimmt. Ja, so auch nach 70 Minuten Show sieht man ja schon ein bisschen Verbrauch daraus. Also ich sehe ja nach sieben Minuten Sets schon mal raus wie Mitch Hedberg 2005. Januar. Um es ganz genau zu machen. Ja, das ist halt so dieses Phänomen Picture, oh, it didn't happen wahrscheinlich. Also damit man halt was zum Vorzeigen hat. Ja, aber das. Aber so eine Unterschrift, so eine gute, ehrliche Unterschrift, ein Autogramm finde ich schon auch was Schönes auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Ja, ich habe noch gedacht, ich wollte mir auch so sagen, ja, vielleicht eine motivierende Message, weil ich habe dieses Ding so, dass ich jetzt angefangen habe, so Leute, also Todd Berry ist so der berühmteste, in mein Notizbuch unterschreiben zu lassen. Ich habe noch nie in deinem Notizbuch unterschrieben. Oh, das können wir gleich, stimmt. Das können wir gleich machen. Danach, nachholen. Genau. Und ich meinte so, mach vielleicht eine motivierende Message. Und dann hat er mich erst mal gefragt, you're a comedian, man? Und ich so, ja, kind of. Starting out. Und dann meinte er so, ja, okay, wie ist denn dein Name? Und dann habe ich ihm meinen Namen gesagt. Und dann meinte er so, classic Todd Berry-Style, whoa, 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 slow down, man. Und dann meinte ich so, ja, ja, Johannes. Und er so, yeah, can you spell that for me? Und dann musste ich halt Buchstabe für Buchstabe buchstabieren, wie ich heiße. Und dann hat er einfach meinen Namen hingeschrieben und ein Ausrufezeichen. Und dann habe ich einen Gag gemacht und gebombt vor Todd Berry, was ein bisschen dämpfer war. Ich meinte dann so, ja, aber das ist ja mein Name, mein Name. Du sollst deinen reinschreiben. Nothing. Kein, nichts. Und dann hat er noch drunter geschrieben, Todd Berry. Er hat einfach meinen hingeschrieben und ein Ausrufezeichen gemacht. Also das war die motivierende Message von Todd Berry. Einfach mein Name mit Ausrufezeichen. Nee, aber denk mal drüber nach. Ich glaube, du musst einfach ein paar Mal dir das angucken. Und dann wirst du erfahren, was er damit gemeint hat. Ja, und es ist ja vielleicht auch wirklich motivierend. Also wenn ich jetzt mein Notizbuch aufschlage und da steht irgendwas über Badebomben. Und das finde ich dann doch nicht mehr so gut. Dann blätter ich nach vorne und sehe, Johannes, Ausrufezeichen. Und dann denke ich mir so, ah, ich soll bessere Jokes schreiben. Johannes, Johannes, Johannes. Das ist wirklich, also ich finde, das ist genial. Von ihm, weil es kann gleichzeitig ein aufmunternder Zuruf sein. So ein Anfeuern. Es kann aber auch ein ermahnender Zuruf sein. Stimmt. Oder eine Anmoderation. Ja, das kann man sehr vielschichtig deuten auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da hat er lange drüber nachgedacht. Ja, ja, bestimmt. Oder er hat nur deinen Vornamen geschrieben und ein Ausrufezeichen dahinter gefallen. Weil auch nicht ein Ehepaar aus Warschau hinter ihm stand. Das ist ihn schon belagert. Er hat mit Handy im Anschlag fürs Selfie im Nacken schon. Ja, wir waren zu dritt da. Im Comedy-Café in Berlin war das so, da so hinter der Bühne in so einem, eigentlich direkt vor der Toilette in so einem Gang. Also es war jetzt auch nicht die entspannteste Situation, aber war trotzdem cool. Sehr schön. Du hast es vorher schon angesprochen, deine drei Lieblingsvokabeln. Krise, Hack und ... Nein, Bombenkillen und Hack hätte ich gesagt. Aber Krise ist auch noch so eine Vokabel von dir. Bevor wir gleich noch auf deine Liste eingehen, möchte ich dir die eine Frage stellen, die ich mir tatsächlich vorher überlegt habe. Ja. Wie definierst du einen Hack? Ich würde Hack definieren als unoriginell, also unoriginal. Jemand, der über Themen spricht, die ziemlich ausgelutscht sind, die so allgemein schon so krass besprochen sind. Also wo wirklich schon auch jeder Gag dazu gemacht wurde eigentlich und die dann halt aber nochmal einen Gag dazu machen, der halt einen Tick anders ist, aber eigentlich trotzdem einer, der schon davor da war. Und ja, dann auch Sachen machen, die genau, also halt nicht besonders weit gedacht sind. Also nicht Sachen, die sich, sagen wir mal, jemand im Publikum sitzt, nicht hätte auch ausdenken können vielleicht. Also jetzt nicht irgendwie das Publikum runterzumachen, aber halt wo nicht viel krasse Gedankengang und krasse Gedankenleistung dahinter steht. Also was halt sozusagen low hanging fruit ist, was halt, ja, ein bisschen einfach und plump ist, aber gleichzeitig unoriginell. Also, oh, die Deutsche Bahn ist doch immer viel zu spät und der Berliner Flughafen ist doch auch schwul. Das, was eigentlich jeder macht. Aber warum kommen manche damit sehr gut an? Ja, weil die Leute, glaube ich, immer so ein bisschen so dieses Aha-Gefühl haben, wo sie denken, ah, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Oder stimmt, es ist ja so, da wird ein Vorurteil, das ist auch oft mit Vorurteilen, ein Stereotyp bedient, was ich schon kenne und irgendwas, was ich schon kenne, finde ich dann irgendwie ein bisschen lustiger als was, wo ich mir erst mal Gedanken drüber machen muss oder wo ich erst mal nachdenken muss, was ist denn das überhaupt für eine Prämisse, wenn ich gleich die Prämisse sofort runterschlucke und denke, ah, da bin ich wahrscheinlich schon ein bisschen indokriniert zu lachen irgendwie. Und dann kommt es irgendwie schneller raus als bei einem sehr verkopften Joke vielleicht. Aber das ist total schwierig, ich meine, das ist auch so eine eigene Wissenschaft für sich, warum das so gut funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr ernüchternd, das immer wieder zu sehen und ja, traurig. Es macht einen auch wütend, aber ja, man muss da echt ein bisschen, weil wenn man sich nur darüber dann echauffiert, dann, weiß ich nicht, dann nimmt es von dem Arm weg, weil es gibt ja dann auch originelle Leute, die gute Sachen machen, gibt es ja Gott sei Dank auch. Aber wenn man sich ja nur so von diesen Hacks dann so vereinnahmen lässt, dann ist es schnell so, dass man so die, darum, deswegen, warum man es eigentlich angefangen hat oder warum man es eigentlich so liebt, und dass es dann dahinter zurücktritt, hinter Wut und hinter Aufgebrachtsein. Und das ist, finde ich, ziemlich blöd. Also das ist, aber das passiert mir auch manchmal. Also ich bin da natürlich auch nicht davor gefeit, überhaupt nicht. Das bringt natürlich, je größer die Leidenschaft, desto größer ist dann auch das Unverständnis, die Wut, das Entsetzen, dass es halt so funktioniert. Und dass es, ja, deutsche Comedy halt leider definiert und ausmacht. Ja, aber da arbeiten wir ja hart daran, dass sich das ändert. Ja, absolut. Gott sei Dank, ja. Nee, das ist ja das Schöne, dass es immer mehr Leute gibt und dass sich, glaube ich, auch langfristig das durchsetzen wird. Und man merkt ja auch, es gibt jetzt immer mehr Beispiele an Leuten, die das, ja, auch immer weiter, immer höher, immer bekannter schaffen, die jetzt nicht die totalen Hacks sind. Ja, genau. Habt ihr auch schon in den letzten Folgen drüber gesprochen, auch mit Falk, Felix Lobrecht zum Beispiel. Das ist schon auf jeden Fall ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und das macht mich auch glücklich, dass es sowas gibt. Also auf jeden Fall. Ja, super. Aber jetzt, wo wir den Begriff Hack definiert haben, hast du gesagt, du hast ein paar Namen. Ja, ja, klar. Also, du hast ein paar Namen aufgeschrieben, nicht zwingend von Leuten, die Hack sind, aber es interessiert mich jetzt doch, weil du hast eine Sauglaue und der Zettel liegt falsch rum. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was du aufgeschrieben hast. Ich habe wirklich eine Sauglaue. Deswegen, leg doch einfach mal mit was los, was du aufgeschrieben hast und wir schauen, was passiert. Ja, ich wollte mich eigentlich so ein bisschen von den Fragen leiten lassen, aber ich habe noch überhaupt… Aber wie kannst du dich von Fragen leiten lassen, wenn du deine eigenen Notizen hast? Ja, ich dachte, das wird so eine Mischung. Hast du die Antworten auf Fragen? Ja, genau. Ich habe die Fragen so ein bisschen davor antizipiert und dann eigentlich schon so die Antworten aufgeschrieben. Dann, welche Frage hast du denn mir… Welche Frage soll ich dir denn stellen? Vielleicht, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mit Comedy angefangen habe? Oder was war mein erster Berührungspunkt? Ich meinte, dass das ja der totale… Dass es egal ist? Ja, genau. Nein, da bin ich aber nicht einer Meinung mit ihm. Und das ist auf jeden Fall schon was, was mich interessiert, weil wir uns ja eigentlich schon relativ lange kennen. Ja. Aber ich keine Ahnung habe, wer du bist. Wirklich nicht, ne? Ne, du bist ja ein sehr verschlossener Mensch manchmal. Vielleicht aus Gründen, aber jetzt haben wir Mikrofone laufen deswegen. Was war dein erster Berührungspunkt? Jetzt lege ich alles auf den Tisch. Genau, jetzt packst du aus. Ja. Steht morgen in der Bild-Zeitung. Hm. Was war dein erster Berührungspunkt mit Stand-up-Comedy? Also nicht Stand-up direkt, aber mit Comedy generell war mal so in der Schulzeit… Ich finde schön, dass du abliest. Hi. Sorry. Ja, in der Schulzeit… Das ist Ingo Zamperoni und hier mein erster Punkt ist, Harald Schmidt ist immer noch am Leben. Ne, ich habe hier Harald Schmidt aufgeschrieben. Also ich war mal in der Schule und hatte so eine… Es war ein Sommerferien, das weiß ich noch. Es war von der 10… Das waren die Sommerferien nach der 10. Klasse, glaube ich. Oder nach der 9. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall waren Sommerferien und ich hatte halt so ein bisschen Leerlauf von sieben Wochen und war dann so viel bei YouTube und habe dann, weil ich immer schon, auch immer, wenn es im Fernsehen lief, so davor, ja, das müsste wirklich so, ja, das müsste noch die Zeit gewesen sein, wo Harald Schmidt in der ARD lief. So zweimal die Woche ungefähr. Oder dreimal? Ich glaube zweimal. Ja, auch zweimal. Oder sogar nur einmal? Was soll ich jetzt eigentlich wissen? Auf jeden Fall, Harald Schmidt war bei der ARD und es war so 2009 oder so. Und immer, wenn es im Fernsehen lief, fand ich das schon immer richtig cool. Und dann habe ich bei YouTube in den Sommerferien, bin ich in so ein Wurmloch oder ein Schwarzloch oder ein anderes Loch, keine Ahnung, sorry, bin ich reingekommen und dann habe ich alte Harald Schmidt Shows der 90er geguckt und so richtig viele, die es dann halt bei YouTube schon gab und wurde ein richtig großer Harald Schmidt Fan. Also ich weiß auch nicht, ob das was damit zu tun hat, dass er so aus derselben Ecke kommt wie ich. So Nürtingen ist ja nicht so weit weg vom Böblingen. Und dann auch wirklich so gut überspitzt und lustig auf den Punkt gebracht, dieses Schwäbische. Und dann aber gleichzeitig Showbusiness. Er ist jetzt in Köln und hat es so geschafft, mehr oder weniger, und macht halt wirklich eine coole Show. Und da habe ich mich so echt in Comedy verliebt das erste Mal. Und auch vor allem in das Format Late Night. Also nicht nur Comedy, sondern ich war dann wirklich so obsessed. Also ich war so begeistert von dem Format Late Night. Ich dachte, das ist das Beste mit Abstand, was man im Fernsehen machen kann. Also alle anderen Chancen. Und es ist gut, dass Harald Schmidt das erfunden hat, hast du gedacht. Ja, am Anfang dachte ich wirklich so, das ist mega. So ging es mir auf den Fall. Ja, ja, ja. Helmut Zerlitz und ... Mir ist aufgefallen bei Harald Schmidt, der hat auch immer wieder so Craig-Ferguson-Vibes von wegen der Bruch mit dem Format. Ja, ja, sowas anarchistisches auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Dann dieses Playmobil-Nachspielen zum Beispiel. Ja, es hat mich wirklich total mitgenommen. Und dann habe ich immer weiter Harald Schmidt geguckt. Und dann kam es ja dazu, dass er mit Olli Pocher eine Sendung gemacht hat. Und da habe ich aber immer noch zugeguckt. Und dann, irgendwann war er dann wieder bei Sat.1. und dann war Böhmermann ab und zu da, an so einem Schreibtisch gegenüber von ihm. Hat ja bei ihm im Autorenteam, glaube ich, gearbeitet. Genau, der war auch in der Redaktion, genau, der war auch Autor. Und dann ist er auch vorliegt. Also ich dachte ja, dass er so wie bei der Daily Show so ein Korrespondent auch war, oder? Genau, dann hat er auch so einen Spieler gemacht, so mit dem Einrad über die Domplatte in Köln gefahren, in einem Tanga und solche Sachen. Und dann habe ich mir so gedacht, stopp mal kurz, wer ist das denn? Der ist eigentlich auch ziemlich lustig. Und dann habe ich mich mit Jan Böhmermann beschäftigt und habe den mal so ein bisschen gegoogelt und so. Und dann habe ich angefangen, die Late Night, äh, die Late Line, die Radiosendung, schneid es bitte zurecht, dass es passt, die Late Line zu hören. So eine, ähm, ne, zweistündige Radiosendung von 23 Uhr an, ähm, in so, äh, das Ding und so, so diese jungen ARD-Radiosender, ähm, wo der einfach mit Hörern telefoniert hat für zwei Stunden. Das ist einfach so, äh, perfektes Crowdwork eigentlich, ähm, bloß am Telefon und teilweise wirklich wahnsinnig witzig. Also richtig cool. Und dann, ähm, war ich Fan von, von Böhmermann und habe seitdem auch immer verfolgt, was der so macht und irgendwann hat er dann selber eine Sendung angefangen und, ähm, das fand ich, fand ich super und, ähm, genau. Und dann kommt eigentlich so mein erster, ähm, Berührungspunkt selber sozusagen mit Comedy anfangen, weil die dann, bevor das Neo Magazin losging, ähm, habe ich denen bei Facebook und so gefolgt und dann haben die, ähm, von der Bild- und Tonfabrik, die Produktionsfirma gesagt, dass sie Autoren suchen und ich habe davor schon immer, äh, so tagtäumerisch darüber nachgedacht, so, was wäre denn, wenn ich das mal machen würde? Ich liebe das Format so sehr Late Night Fernsehen und, ähm, der Stand-Up-Teil, also der Monolog-Teil davon, war auch immer so mein Lieblingsteil eigentlich in der Sendung, ähm, oder einer meiner Lieblingsteile und ich dachte mir immer so, äh, tagesaktuelle Gags schreiben ist richtig, ist eine richtig coole Herausforderung und es ist irgend so ein Muskel, den man braucht und aber auch trainieren kann und, ähm, der wahrscheinlich, daran habe ich damals noch nicht gedacht, aber der, der später vielleicht auch was bringen kann für andere Comedy-Sachen, ähm, und dann dachte ich mir schon immer so, oh, das wäre so cool, das mal zu machen und als ich dann gesehen habe, dass die das posten und dass die Leute suchen, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und dachte mir so, das ist jetzt deine Chance und da musst du mitmachen, ähm, war aber dann gleichzeitig so, ah, ob das klappt oder so, da werden ja bestimmt irgendwie 17.428 Leute sich bewerben und dann haben die diesen, in PDF-Format, glaube ich, in so einen Fragebogen hochgeladen, so drei, vier Seiten, wo man halt, äh, auf Fragen möglichst lustig antworten sollte, so, da war so zum Beispiel, äh, Bettina Wulff schreibt ein neues Buch, wie könnte das Buch heißen und dann musst du halt irgendwie vier, fünf, einfach kurze One-Liner dazu, oder Titel halt von dem Buch vorschlagen oder aber dann auch kurze One-Liner zu irgendwie, ähm, äh, was war damals noch so aktuell, äh, äh, wann war denn das genau, also es war, 2013, äh, 2013, auf Gottes Willen, das ist ja viel zu lange her, im April oder so, auf jeden Fall habe ich dann, äh, mein Bestes gegeben und mir so ein paar Stunden dafür Zeit genommen und es halt ausgefüllt und Gags geschrieben, mich wirklich hingesetzt und dann haben die sich gemeldet per Mail und meinten so, ja, wir haben irgendwie 700, äh, Leute haben da teilgenommen und die besten 20 davon, äh, laden wir persönlich zu einem Bewerbungsgespräch nach Köln ein und da war ich aber nicht ganz drunter, meinten die, ich war dann so in den, das ist ja, das ist ja mega mies, so von 700 Bewerbern haben wir 20 angeschrieben und du bist nicht dabei. Ja, du bist leider nicht dabei, aber, aber fast, close enough, ich war dann unter den 15, die danach waren quasi und die haben sie gesagt, die wollen wir aber nicht verlieren, die wollen wir als, äh, freie Mitarbeiter sozusagen im Autorenpool haben und ihr könnt auch Gags schicken und die können auch verwendet werden, die kommen dann auch im Fernsehen und ihr kriegt auch Geld dafür und da war ich super zufrieden mit und, ähm, hab ich dann echt gefreut und, äh, so ist es dann auch gekommen, also dann war ich in diesem Autorenpool und hab da dann angefangen, One-Liner zu schreiben über aktuelle Themen und die zu schicken, äh, per Mail am Anfang noch und dann haben sie es gewechselt auf so ein Programm, wo man die einträgt, online und es lief dann auch ganz, ganz gut, ähm, natürlich war die Konkurrenz richtig groß und man hat nicht jede Sendung einen Gag drin gehabt, aber schon so ab und zu, manchmal auch zwei, äh, wenn es richtig super lief auch drei oder so, ähm, genau und dann hat man auch schon Geld dafür bekommen, was am Anfang wirklich so, äh, wirklich mindblowing war, weil man das immer so nur angeguckt hat und auf einmal kriegst du halt selber irgendwie ein Hunderter pro Gag und das ist dann wirklich auf deinem Konto danach. Also mit Comedy Geld zu verdienen, das erste Mal, auch wenn es jetzt nicht so viel ist, dass du dir eine Wohnung in München davon leisten kannst, aber zumindest irgendwas davon zu haben, nicht, also nicht nur die Leidenschaft und den Spaß, sondern auch, ähm, danach, äh, einen finanziellen Mehrwert, das war schon, äh, richtig cool. Genau und das hat mich dann so gepackt und hat so Spaß gemacht, dass ich es dann auch noch bei anderen, ähm, Sendungen probiert habe und dann habe ich einfach initiativ so eine Mail geschrieben, mal ein extra drei. Äh, weiß auch nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe, aber ich habe irgendwie den Redaktionsleiter ausfindig gemacht und habe einfach so geschrieben, ähm, per Mail, ja, ich bin Comedy-Autor, was auch ein bisschen ein Stretch ist, so, wenn man das seit ein paar Monaten macht. Naja, wenn du schon einige Gags in der Sendung drin hast, kannst du dich als, als solcher bezeichnen. Ja, auf jeden Fall habe ich selbstbewusst geschrieben und meinte dann so, ich würde super gern für extra drei auch schreiben und dann hat er gesagt, ja, okay, ähm, klingt ganz gut, schick uns doch mal ein paar Gags. Ähm, und dann habe ich das gemacht, dann haben die mir, glaube ich, auch ein paar Themen nochmal geschickt und dann habe ich, äh, da hat so so eine Arbeitsprobe sozusagen an extra drei geschickt und dann meinten die so, ja, das passt, ähm, fanden wir gut. Ähm, mach doch gerne bei uns auch mit. Und dann bin ich da in Verteiler gekommen und habe dann auch richtig regelmäßig, ähm, Gags für die geschrieben und auch eine Zeit lang. Ähm, genau. Und, also ich habe da schon zu der Zeit in München studiert, muss man dazu sagen. Und dann habe ich, ähm, hier angefangen bei M94.5, bei einem Radiosender, der für Studenten eigentlich ist, ein Ausbildungsradiosender, wo man, äh, ganz gut lernen kann, wie man eine Radiosendung selber macht und auch selber moderieren kann, ähm, ohne große Hürden und so. Und, äh, das war eine richtig gute Entscheidung, weil, äh, da habe ich echt coole Leute kennengelernt und, ähm, ja, so die Basics ein bisschen gelernt. Also nicht, dass ich das jetzt, ähm, dass mich das jetzt schon immer so mega interessiert hätte, aber so, so das bisschen Handwerk für Journalismus hat man da auch mitbekommen, was super ist. Aber alleine wegen den Kontakten war das wirklich, ähm, eine richtig gute Entscheidung und hat sich echt gelohnt, da mitzumachen. Und da habe ich einen Beitrag gemacht über Helmut Schleich, den bayerischen Kabarettisten, der auch eine Fernsendung hat, was ich dann auch in der Vorbereitung auf dieses Interview gemerkt habe, sodass sie einmal im Monat ist. und der hatte einen Auftritt in der, in der Aula von der TUM, von der technischen Uni und wir haben den nach halt interviewt, zu zweit, da war noch eine Kollegin dabei und als wir das Interview gemacht haben, habe ich halt, wir haben uns da so normale Fragen halt überlegt, wie läuft's mit der Strauß-Parodie und, ähm, warum, äh, warum Stand-Up? Nee, warum Kabarett? Äh, und dann habe ich den einfach danach noch so gefragt, ach, übrigens, und ich schreibe auch Gags, ähm, du hast auch eine Fernsehsendung, ähm, sucht ihr da noch jemanden? Ich hätte richtig Lust, für euch zu schreiben. Äh, was sonst eigentlich auch nicht so richtig meine Art ist, so da so aus mir rauszukommen, aber das habe ich an, da habe ich meinen Mut zusammengenommen auf jeden Fall und das dann gemacht. Und ich glaube, das hat ihm auch ein bisschen imponiert, ähm, weil er dann meinte, ja, ich gebe dir eine E-Mail-Adresse und da schickst du einfach bitte mal ein paar Gags hin, äh, und dann gucken wir, ob das, äh, passen könnte. Und auch da war es dann so, dass sie meinten, ja, gerne, ähm, wir könnten uns schon vorstellen, in der nächsten Sendung halt, ähm, dir Themen zu schicken und dann, äh, schickst du uns per Mail deine Gags dazu. Genau, und, äh, das war 2015 dann, glaube ich, extra 3 war 2014, also war wirklich so 2013, 14 und 15, so immer auf den, ähm, aufeinanderfolgenden Jahren. Ähm, genau, 2015 war das dann so, dass ich bei Schleichfernsehen dann untergekommen bin und, genau, das mache ich auch immer noch, äh, einmal im Monat ist da eine Sendung, äh, bis auf Sommerpause und solche Sachen. Und, äh, das ist auch richtig cool, aber halt nochmal, jede Sendung ist halt so anders eigentlich, ne, also extra 3 im Vergleich zu Neo Magazin ist schon ein bisschen ein Unterschied, aber dann nochmal zu Schleichfernsehen, allein vom Publikum auch. Und von der ganzen Aufmachung der Sendung ist schon nochmal ein Unterschied und, ähm, so diese Vielseitigkeit ist, glaube ich, auch ein gutes Training gewesen. Ja. Auch wenn ich da auch eigentlich fast nur oder äh, ziemlich viel, äh, so kürzere One-Liner geschrieben habe, ich hab dann auch manchmal so, ähm, wo er so Parodien gemacht hat, ähm, einfach so, äh, sich selbst quasi in Character interviewt hat, als, also er war Helmut Schleich, aber hat dann irgendwie auch Uli Hoeneß gespielt und Uli Hoeneß parodiert und, äh, ihn interviewt, als er selbst. Ähm, das hab ich auch mal geschrieben, so dann die Antworten und so, das war dann natürlich, äh, ein bisschen lukrativer als jetzt nur One-Liner, aber, äh. Aber da warst du auch nur im, im Pool, also du warst nicht in der Redaktion gesessen. Ne, genau, ich war nie so richtig in der Redaktion. Beim Neo Magazin war ich so ein paar Mal zu Besuch, ähm, und hab mich dann auch für dieses Format, was sie so ein bisschen an SNL, an Saturday Night Live angelehnt hatten, dieses, ähm, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, wo sie mal einen Prominenten geholt haben, der dann in Sketchen mitgespielt hat, ähm, da hab ich mich auch, äh, mehr oder weniger beworben und war dann auch, äh, bei so einem, bei so einem Treffen dabei, wo die so darüber gesprochen haben, wie die Sendung aussehen könnte und hab dann auch was geschrieben, so ein Sketch, aber es war halt das erste Mal überhaupt, dass ich ein Sketch geschrieben hab und dementsprechend, äh, war der, glaub ich, auch nicht so mega stark, ähm, ähm, und es hat auf jeden Fall dann nicht gereicht, dafür, ähm, fester Bestandteil der Sendung zu werden oder irgendwie Autor zu werden. Aber die Rückmeldung war, ähm, wir finden den Titel gut. Also es ging um so, äh, so eine Mafia-Geschichte war das, so ein Mafia-Sketch, wo halt die Prämisse eigentlich war, dass die das nicht auf die Reihe bekommen und alle so, ähm, ein bisschen, äh, schludrig und schlecht organisiert sind und der Titel war dann halt unorganisiertes Verbrechen. Im Gegensatz zu organisiertes Verbrechen. Und ja, da haben wir noch ein paar Mal hin und her telefoniert, aber die Quintessenz war so, ja, wir finden den Titel lustig, aber den Sketch, äh, solltest du vielleicht nochmal überarbeiten. Das war dann auch, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, was ich da geschrieben habe, aber, äh, ja, das hat dann auf jeden Fall nicht so ganz funktioniert, aber, äh, hat mir jetzt auch nicht irgendwie das Herz gebrochen, weil ich, ja, es ist schon, ich würde es auch vielleicht auch mal irgendwann vielleicht mal wieder machen, so ein Sketch schreiben, aber wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, das One-Liner-Ding macht mir mehr Spaß. Mhm. Einfach, weil es, ja, irgendwie habe ich dann besseren Zugang dazu. Das ist mehr so meine Leidenschaft, ja. Mhm. Aber du, äh, bist also jetzt seit, wenn du 2013 angefangen hast, seit sechs Jahren als Comedy-Autor tätig. Stimmt, der ist krass. Äh, und das hat in der Schule angefangen mit Harald Schmidt, aber du bist ja ein absoluter Stand-Up-Nerd. Ja, total. Sorry, dass ich übrigens jetzt hier so viel gelabert habe. Alles gut. Ich habe ein bisschen den Podcast hier gekidnappt. Dafür sind wir hier. Äh, alles gut. Aber, äh, die Frage ist ja, wo denn da deine Stand-Up-Leidenschaft begonnen hat? Oh ja. Hat dir gleichzeitig mit Harald Schmidt angefangen? Stimmt, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, 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 warte mal. Also, Harald Schmidt habe ich immer geguckt, ne? Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, stopp mal, wie du gerade gesagt hast, er hat das Konzept ja gar nicht selber erfunden. Da gibt es ja noch diesen David Letterman. Der das Konzept auch nicht gefunden hat. Ne, aber von dem Harald Schmidt auf jeden Fall sehr inspiriert war und von dem er auch ein großer Fan war. Mhm. Ähm, was er auch immer wieder selber betont hat. Ja. Und wo er auch immer wieder Plagiatvorwürfe bekommen hat. Ja. Also nicht von Letterman selbst und auch nichts, nichts strafrechtliches, aber viele Armys, ich glaube, Conan hat da mal ein ganzes Bit drüber gemacht, von wegen wie Stimmt, ja, ja, ja. Auch die Anzüge waren irgendwie gleich geschnitten und sowas. Also das Set war ja eigentlich exakt das Gleiche. Stimmt, es gab ja auch mal eine Folge, wo Conan Harald Schmidt besucht hat in Köln. Ja, stimmt, ja. Das war auch kultig. Ähm, auf jeden Fall genau, dann ist der Name Harald Schmidt gefallen und dann habe ich angefangen, äh, sorry, dann ist der Name David Letterman gefallen, den hat Harald Schmidt erwähnt in der Sendung. Und ähm, ich glaube, es war sogar eine Folge Schmidt und Pocher, wo er so, ähm, Pocher irgendwie so Ratschläge gegeben hat, was so die Business-Seite von Late Night angeht, so die, die, äh, Vertragsgespräche mit dem Sender, mit den Senderbossen, so. Da meinte er so, ja, das sagt Letterman auch immer so, äh, don't let him push you around. Also, was so Sendezeit angeht und solche Sachen. Ähm, und Pocher so, ja, ja, stimmt. Und dann dachte ich mir so, stopp mal kurz, wer ist David Letterman? Und dann habe ich angefangen, David Letterman zu gucken. Und das war nochmal so ein, ganz anderer Zugang zu Comedy. So, das war, wie nennt man das? Ein whole nother, äh, Bag of Worms, ähm, Book of Eli. Keine Ahnung. Ein völlig neues Book of Eli. Äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ein komplett neuer, genau. Ja. Das, das wollte ich auch sagen. Äh, ich fühle mich übrigens, ähm, heute ein bisschen so Fact-lastig. Ich bin nicht so jokey heute, nicht so Felix Rex, aber heute bin ich der. Das ist ja die Tagline von diesem Podcast hier. Das ist ein Podcast über Comedy und nicht zwingend ein Comedy-Podcast. Ah, okay. Ja, heute bin ich mehr so der Faktensteiß. Ja, das ist Faktensteiß. Sehr gut. Faktensteißi. Ähm, ja, heute bin ich der Trivia-Steißi. Genau, und dann, ähm, habe ich Letterman angeguckt und durch Letterman hat sich mir die Stand-up-Welt eigentlich eröffnet, würde ich sagen. Ähm, klar, man hat vielleicht mal irgendwie auch im deutschen Fernsehen so ein, äh, Special bei RTL von irgendjemandem gesehen, aber ich würde nicht sagen, dass das meine Liebe zu Stand-up, äh, entfacht hat, äh, sondern es waren halt, was auch ein bisschen Unterschied ist zu, zu deutschen Late-Night-Shows, äh, bei Letterman waren mehrmals die Woche Stand-up-Comedians am Ende der Sendung in der Sendung, die einfach ein fünf- bis sieben-minütiges Stand-up-Set in der Sendung hatten. Also entweder hat er einen Musiker oder einen Stand-up-Welt. Ja, genau. Genau. Ja. Und da habe ich mir ein paar Leute halt angeguckt und dann waren auch irgendwie mal so ein paar Leute da und, ja, ich würde sagen, da habe ich mich so in Stand-up so richtig das erste Mal verliebt, ja. Da habe ich mir gedacht, wow, nice. Und da konnte ich auch, ähm, schon Englisch so einigermaßen so, dass ich eigentlich fast alles verstanden habe und, ähm, genau. Und habe dann auch so das erste Mal irgendwie so, ähm, große amerikanische Stand-up-Comedians gesehen und, und gehört und mich mit denen auseinandergesetzt. Mhm. Okay, das heißt, du hast, äh, du bist seit vielen Jahren als Comedy-Autor aktiv und du bist seit sehr, sehr vielen Jahren als Comedy- oder Stand-up-Nerd aktiv. Ja. Aber erst seit einem knappen Jahr als Stand-up-Comedian. Ja, genau. Was ist denn da passiert eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, da weiß man auch, da weiß ich auch nicht ganz genau, wie man das jetzt definiert, also was man sagen soll, wann ich angefangen habe, weil, ähm, für mich ist auch die Definition, ähm, die Falk auch verwendet hat, äh, in seiner Folge ausschlaggebend, nämlich ab wann man regelmäßig auftritt. Also es war bei mir so, ich hatte 2015, ähm, oder 2014, eine von den beiden Jahren, ich glaube 2014 sogar, hatte ich einen Auftritt in so einer Bar, das war auch, da war auch, äh, Matt, ein englischer, ähm, englischsprachiger Comedian-Canadier aus München, der das organisiert hat. Und noch ein anderer, der heißt irgendwie Alistair, Alistair, Lace oder so. Und die hatten eine Show und das war Pigalle, hieß das, das war so ein ehemaliges Strip-Ding. Ah, ja. Da hatte ich einen Auftritt 2014 und es war auch nicht so übertrieben schlecht. Das war mein allererster Stand-Up-Auftritt. Aber das war schon sehr, sehr, äh, Late-Night-lastig. Also es war schon wirklich so, zu aktuellen Sachen so, irgendwie, äh, es war wirklich so, äh, Butter ist, äh, teurer geworden. So. Darüber habe ich, äh, ein paar Jokes so, äh, Butter ist so teuer. Wie teuer ist sie denn? Äh, also, äh, so, dass man eigentlich denkt, stell mal ganz kurz, äh, denkst du, du hast hier eine eigene Late-Night-Show vor sieben Leuten. Was ist da denn los? Ähm, das war mein aller, allererster Auftritt. Das war, glaube ich, so, ja doch, das war, glaube ich, Februar 2014 und dann erstmal, äh, längere Zeit nichts, bis ich dann den zweiten Auftritt bei Jahr und Weiter hatte. Das erste richtige Stand-Up-Comedy Open Mic in München. Ähm, und das war im Oktober 2017. Und dann hatte ich im November 2017 nochmal einen und dann über, nee, dann ungefähr ein Jahr keinen mehr. Bis ich dann in New York bei einem Open Mic auf Englisch den vierten Auftritt hatte. Und dann bin ich wieder zurück nach München. Ich hatte dann ein Praktikum in Nevada und bin dann auf dem Rückweg noch, weil ich wollte mir den Weg einteilen noch nach Washington und nach New York, damit es nicht so lang ist. Eigentlich war der Grund, damit ich Stand-Up sehen kann. Ähm, und bin dann, äh, wieder in Deutschland gewesen, ähm, Anfang November 2018 und hab dann im Dezember bei Jahr und Weiter wieder gespielt und ab Dezember 2018, also ungefähr ein Jahr, äh, dann regelmäßig angefangen, irgendwie mehrmals die Woche bei Open Mic in München zu spielen. Also, so oft es halt geht. Äh, zweimal, dreimal, viermal. Ja, das ist schon, schon mega. Also, du glaubst, du spielst zur Zeit öfter als ich irgendwie. Du hast, das ist schon. Ja, je nachdem, ob man die Spots auch bekommt. Ähm, aber ich, ich bemühe mich auf jeden Fall da, ähm, oft am Start zu sein, ja. Aber da war, äh, jetzt irgendwie so in diesen Jahren dazwischen nie wieder so der, 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 der Drive da? Oder wie kam das? Also, ich glaube ja, dass du dann bei Jahr und Weiter auch nur wegen Basti gespielt hast, oder? Oder war das? Ne, ich hatte schon selber Bock da zu spielen, aber, ähm, ist ganz komisch. Ich kann dir das auch nicht richtig erklären und ich wünschte auch, ich hätte das nicht gemacht und wäre einfach regelmäßig am Ball geblieben, wenn im Jahr das dazwischen war, also 2018. Ja, das ganze Jahr über. Da waren die auch schon Shows. Davor muss man sagen, zwischen 2014 und 2017 gab's halt leider keine richtigen reinen Stand-Up-Shows in München, wo man sagen könnte, das ist so ein Umfeld, wo man gut Stand-Up machen kann, das dafür geeignet ist. Weil sonst, wenn du dann irgendwie noch, ähm, einen australischen Backpacker vor dir hast, der irgendwie 14 Minuten Break-Up-Songs spielt und dann komm ich und rante über Fußmatten, dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Und da habe ich nicht diesen Schutzpanzer, dass ich das so leicht abschütteln kann. Ich denke mir dann auch immer so, fuck. Aber ich habe gehört, dass es Leute geben soll, die auch in diesem Zeitraum schon mit Comedy angefangen haben, obwohl sie in München wohnen. Ja, du zum Beispiel. Richtig. Ja. Und ich wünsche dir, ich hätte das auch gemacht, weil das ist, ist ja egal, ob es jetzt in den ersten zwei Jahren mega läuft oder, also, das ist wahrscheinlich eh nicht der Fall. Und ich glaube, da sich so ein bisschen die Hörner abzustoßen, wäre mega gut gewesen. Ja. Aber habe ich leider nicht gemacht. Ja, es geht ja einfach auch da ein bisschen drum, also ich habe halt in den ersten Jahren ein total krasses Netzwerk mir irgendwie aufbauen können und sowas. Und also, äh, man muss halt diese Bereitschaft haben, ein bisschen zu fahren und, äh. Ja, stimmt. Ähm, aber weißt du, was vielleicht auch noch so ein unterschwelliger Grund dann bei mir war, das nicht zu machen, war so das Gefühl, noch nicht bereit zu sein. Was absoluter Schwachsinn ist, weil du bist ja nie bereit. Ja. Du bist nie bereit. Ich dachte so, du fängst, sorry, ich dachte, du fängst so an und bist gleich irgendwie auf einem gewissen Level. Aber natürlich musst du da erst hinkommen und das kannst du nur machen durch oft auftreten und viel schreiben. Krise. Es soll ja in München auch erfahrenere Comedians geben, die anderen jungen Comedians einen Rat geben, wie das sie noch nicht so weit wären, auf die Bühne zu gehen. Oh Gott, oh Gott. Ah, schrecklich. Ja, nein. Aber, äh, wenn ihr das hört und euch fragt, ob ihr schon bereit seid, auf die Bühne zu gehen, dann seid ihr das schon seit Monaten. Ja, einfach machen. Einfach fucking machen. Man muss wirklich ins kalte Wasser springen. Leider hatte ich wirklich ein bisschen so dieses Gefühl, ja, du bist noch nicht so weit und man will sich ja dann auch nicht komplett blamieren. Mhm. Und das ist glaube ich. Aber es ist ein Open Mic, du bist einer von acht. Ja, ja, genau. Und wenn du einigermaßen gut vorbereitet bist, dann wissen die das zu würdigen, auch wenn es nicht lustig ist. Und die Leute haben dich so schnell vergessen, das glaubst du gar nicht. Ja, genau. Wenn es nicht gut war, haben sie dich total schnell vergessen. Du kannst nur gewinnen. Ja, das stimmt. Sehe ich auch so. Aber leider irgendwie war das in meinem Bewusstsein damals noch nicht so stark. Mhm. Deswegen war das wahrscheinlich mit ein Grund, dass ich mir dachte, ja, du bist noch nicht so gut genug. Und dann ist auch dieser andere Grund, äh, ich glaube, es hat Louis auch mal gesagt, Louis C.K. Okay. In so einem, äh. Nicht zu verwechseln mit Louis. Louis Anderson. Anderson. Oder, ähm, keine Ahnung. Genau. Auf jeden Fall in so einem DVD-Kommentar zu Shoot Up oder Shameless, irgendein Special meinte er so, ähm, am Anfang, als er angefangen hat, so mit 18, 19 in Boston, ähm, hat er halt Stand-Up so krass geliebt, aber war halt selbst noch nicht so gut, wie er gerne wäre. Mhm. Und diese Diskrepanz zwischen der Größe der Leidenschaft dafür und dem eigenen Können und dem eigenen Vermögen war so groß, also da war so ein großer Spalt dazwischen, dass es ihn fertig gemacht hat. Mhm. Und da habe ich mich mega krass damit identifiziert, weil, äh, das ist bei mir so, es war bei mir so und ist bei mir immer noch so, dass ich halt, weil ich eben wahrscheinlich so eine große Liebe und so eine große Leidenschaft dafür habe, dann auch mich an den Besten orientiere und dann auch das Beste kenne und dann aber auch selber merke, oh, okay, äh, da bin ich halt noch so weit weg davon, dass, äh, man das auch gar nicht irgendwie greifen kann, so. Das ist so schwierig, äh, und so ein Gefühl, so, dass, ja, so das ein bisschen auch mit Selbstzweifeln zu tun hat und mit so Geschichten, wo man sich dann denkt, ähm, ja, fuck, also, äh, das wird noch so lange dauern, ähm, schiebe ich es erstmal so ein bisschen auf die lange Bank und warte. Dann dauert es ja umso noch länger. Genau. Das war der Fehler. Ich hätte dieses Jahr einfach Stand-Up machen müssen. Das ist auch, ähm, full disclosure, ich bin jetzt heute Geburtstag, 27 geworden, heute. Ähm, muss an meinem Geburtstag arbeiten, Krise, Callback. Ähm, und lamentiere schon so ein bisschen mit mir, wenn ich auch jetzt so jüngere Leute sehe, die mit 19, 20 gerade anfangen hier in München, denke ich, mir so, ich bin so neidisch eigentlich und so eifersüchtig, weil das hätte ich auch machen sollen. Ähm, na gut, aber jetzt, äh, hab ich halt so richtig angefangen, wie gesagt, im Dezember 2018, also mit 26, ähm, ist jetzt aber auch noch nicht so schlimm, weil ich hab neulich mit jemand so darüber gesprochen, hab auch darüber lamentiert, dass ich meinen späten Start halt bereue, aber die Person meinte dann so, ja, das ist aber nicht wie bei Fußball, da musste ich mit 35 aufhören. Ähm, oder mit 27, wenn man Sebastian Deißler ist. Äh, ich bin, äh, die Jokes lassen heute ein bisschen zu wünschen übrig, heißes Gefühl. Ja, äh, würdest Marcel Jansen mit 29 sagen müssen. Boah. Okay. Danke. Dann hätte er funktioniert. Ähm, nee, aber, äh, ich bin ja der Meinung, äh, du wirst nie der, äh, Comedian, also das, das Level erreichen, das du gerne hättest, weil immer, wenn du das Level erreichst, das du am Anfang gerne gehabt hättest, willst du das nächst höherer haben, weil wenn du irgendwann mal so gut bist, wie du werden wolltest. Ja, genau. Dann musst du aufhören. Ja, genau. Das stimmt. Absolut unterschreibe ich. Mit meiner Saugklaue. Äh, unterschreibe ich wirklich, weil, ja, man kann immer besser werden. Man kann es wirklich immer besser werden. Also, auch die besten Comedians der Welt zurzeit, äh, können sich noch verbessern. Mhm. Äh, es ist immer Room for Improvement. Ich hab viel zu viel englische Wörter wieder heute. Nee, alles gut. Äh, hau mir mal eine rein, wenn das nächste kommt. Please. Ähm, äh, ja, die besten Comedians der Welt. Äh, Top 5 und los. Ah. Das ist, glaube ich, eine Frage, die Johannes Steißlinger zum, äh, äh, zurzeit oder auf all time? Und muss man da auch Einfluss mit einbeziehen und solche Sachen? Genau, das habe ich gemeint, dass dich diese Frage ein bisschen über, überlasten wird. Äh, sagen wir mal zurzeit und die Parameter bestimmst du selbst. Hm. Okay. Also, dann keine, äh, keine Leute, die nicht mehr leben, darf man auch sagen, oder nicht? Äh, sagen wir mal zurzeit. Also, Leute, die man, wo man noch die Chance hätte, sie live zu sehen. Okay, ich muss kurz, ähm, googeln. Ich muss kurz, äh, die besten Comedians der Welt googeln. Nee, ich, äh, was ist das Ding hat zu seinem Handy gegriffen. Ich weiß nicht genau, warum, aber wir tun es jetzt. Vielleicht macht er ein Selfie. Nee, ich würde schon sagen, dass, äh, Louis C.K., ähm, der beste Comedian der Welt ist. Basel ist, glaube ich, der nächste. Zurzeit. Ja, heute, genau. Ist das heute? Naja, so, äh, war vor drei Tagen. Freitag. Äh, Freitag. Äh, echt? Also, ist ja, ist das jetzt gerade? Das ist ja ärgerlich. Ähm. Ja. Aber Basel ist wirklich der nächste Termin, den er ver... Warte mal, danach ist er noch in Rom und, äh... Ja, aber ich meine, rein geografisch wäre das der nächste. Ja, nee, Budapest und, warte mal, Budapest, wie heißt das andere da noch in... Prag. Warte mal, Bukarest oder Budapest? Nee, Prag, glaube ich nicht. Budapest auf jeden Fall, weil, genau, ähm, so ein Homecoming, der ist ja, äh, hat ja ungarische Vorfahren auch. Ah. Ist das Budapester Bumsorchester sein Support Act, um mal schlechte Gags nochmal gemacht zu haben? Budapester... Nochmal bitte. Das Budapester Bumsorchester, ist das kein Begriff? Sind das deine Opener, oder? Ja, ja, die sind... Nein, das sind Louis Opener. Ah. Ähm. Ja, äh, äh, ja, dann fehlen noch vier Namen. Ähm, okay, warte mal. Äh, ich würde Steven Wright auf jeden Fall in die Top 5 setzen, aber können wir mal sagen... No particular. Genau, genau, dass die Top 5 nicht, äh, geranglistet ist. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, also es ist noch ein bisschen jung, aber ich liebe Pete Holmes, ist ein wahnsinnig guter Comedian. Und, ähm, ah, die letzten Specials, ah, Dave Chappelle. Mhm. Trotzdem. Einfach, weil ich, äh, weil ich aus, aus der, äh, Killing Them Soft die Zeit, äh, immer noch einfach wahnsinnig gute Erinnerungen habe, ähm, würde ich ihn, würde ich ihn auf jeden Fall noch mit dazu zählen. Also mich hat ja noch nicht genug enttäuscht, dass ich sagen müsste. Ähm, obwohl ich Six and Stones wirklich nicht so gefeiert habe. Ähm. Was ja okay ist. Äh, haben wir fünf? Ne, einer fehlt noch. Oder eine? Ja, ähm. Ist jetzt sehr on the spot, ich weiß, aber. Nee, ich wollte eh eine Frau noch sagen. Ähm. Ja, sagen wir noch, äh, Sarah Silverman. Einfach, weil ich sie, das ist ja auch, würde ich vielleicht auch nicht sagen, dass sie, also objektiv zu den, jetzt gerade zu den fünf besten Comedians der Welt zählt, aber mein Sympathie-Level ist halt in die Richtung. Deswegen nehme ich sie noch mal rein. Also wenn du jetzt quasi eine Show machen würdest mit fünf, fünf Comedians. Ja. Dann würdest du diese fünf nehmen. Also nochmal eine ganz. Das wäre eine gute Show. Nochmal eine ganz andere. Ja, das wäre eine coole Show. Aber ich, wie gesagt, ich mag auch Todd Berry sehr gerne. Wer wäre der Opener von den fünf bei der Show? Oh, Stephen Wright als Opener ist, glaube ich, schwierig. Pete Holmes wahrscheinlich. Ja, Pete Holmes. Ja. Ja, sehr gut. Ja. Aber kann auch sein, dass ich die Folge höre und dann denke, ah, warum habe ich fünf Hacks hier genannt? Ja, genau. Bist du bescheuert? Deswegen habe ich auch gleich gemeint, dass es wahrscheinlich eine. Das ist natürlich fünfmal Bülent-Schehlan. Grüß. Ah, fuck, ich wollte eigentlich keinen Namen nennen. Ja, das. Hatte er irgendwelche Shows, wo ich mal bald nicht spiele? Ja, ich glaube schon, dass sie irgendeine TV-Show hatte. Oh, ich habe meine Bülent-Schehlan-Story hier im Podcast noch gar nicht erzählt. Hau mal bitte raus. Gerne. Ich habe ja sechs Jahre in einer Metalband gespielt. Wirklich? Äh, ja. Nice. Und, ähm, wir waren immer wieder auf dem Summer Breeze-Festival, also nach Wacken das zweitgrößte Metal-Festival mindestens Deutschlands ist. Okay. Äh, so 35.000 Leute. Ähm, und da hat er, äh, performt. Da hat er vor der Headliner-Band am Samstag, glaube ich, hat er so 15 Minuten Stand-Up gemacht. Vor 35.000 Leuten? Auf der Mainstage. Aber du hast nicht vor 35.000 Leuten gespielt, oder? Nein. Nein, 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 nein. Wir waren da, nein, wir waren da nur... Zum Zuschauen. Nur zum Zuschauen, ja. Ah, okay. Ich dachte, ich habe irgendwas verpasst und du bist so eine Metal-Dame, wo ich nichts weiß. Und das Stand-Up ist jetzt nur deine zweite Leidenschaft. Genau. Weil ich halt, äh... Ne, aber, äh, ja, das Slak-Zack-Spielen fehlt mir hart in letzter Zeit. Ich glaube, ich muss mir wieder so ein E-Drum-Set zulegen. Äh, ne, aber, ähm, ich habe den tatsächlich spielen sehen und er war so scheiße nervös und er hat immer so dieses Metal-Image irgendwie im TV gehabt, dass er so ein krasser Mettler ist mit langen Haaren. Ja, ja, der hatte auch Jokes darüber, oder? Ja, ja, eben. Aber als er dann vor 35.000 Leuten, vor 35.000 Mettlern stand, wurde klar, was das einfach nur für ein Fake-Image ist. Die Leute haben eine Wall-of-Death gefordert, weil sie das lustig fanden, bei einem Stand-Up-Comedian eine Wall-of-Death zu machen. Weißt du, was eine Wall-of-Death ist? Äh, nicht hundertprozentig. Wollte mich aber nicht outen. Ne, äh, das ist, äh, quasi so, im Publikum, wenn die, äh, die, die Fans quasi so auseinander gehen, bevor so, so ein krasser, krasser Part kommt vor einem Refrain oder sowas, äh, und in dem Moment, wo es dann richtig abgeht in der Musik, laufen sie halt aufeinander zu. Ah, so Mosh-Pit-mäßig. Ja, aber halt eben kein, äh, eben kein Circle-Pit, wo irgendwie alle im Kreis laufen, sondern eine Wall-of-Death ist. Die gehen auseinander und laufen dann wie so zwei Armeen aufeinander zu. Und was ist, wenn sie aufeinandertreffen? Küssen sie sich. Genau. Ne, das wäre eine Wall-of-Love, die gab's auch schon. Ah, okay. Ähm, ne, und, äh, das haben sie halt gefordert und er wusste halt nicht, was das ist. Äh, okay. Aber im Fernsehen als großer Mettler ausgeben. Das ist meine Brilliant-Tailer-Story, ist aber auch schon sechs Jahre alt. Aber müssten sie dann bei den Punchlines aufeinander zu rennen oder beim Setup schon oder wie funktioniert das? Das, äh, das, äh, das, äh, soweit haben sie, glaube ich, nicht gedacht, als sie das gefordert haben. Okay. Äh, aber der Kerl war, war sehr nervös und, äh, nicht mal so lustig. Aber hat nicht gebombt oder doch? Hat nicht gebombt, aber, äh, ich glaube, alle, alle Beteiligten hätten sich das sparen können. Okay, er ist aber auch ein schwieriger Gig auf einem Metal-Festival. Ja, aber ich glaube nicht, dass das, äh, äh, das, 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 das er über, also ich glaube, dass er das angefragt hat. Ja. Ja. Dass das so ein Promo, Promo-Dings war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ähm, naja, das ist, äh, so viel dazu. Grüße auf jeden Fall. Ja, sehr. Ähm, wir sind bald am Ende. Ich möchte wissen, ob du noch was auf deiner Liste stehen hast, was ich dich noch nicht gefragt habe. Ähm, hast du mich schon gefragt, ähm, warum ich einen Podcast mache, selber? Das wäre tatsächlich noch eine Frage gewesen an dich. Äh, du und der gute Freund des Podcasts, Sebastian Ulrich, ihr habt ja gemeinsam, äh, ist das ein Bit? Magst du kurz mal, äh, zusammenfassen, was ist das ein Bit für ein Podcast ist? Ja, sehr gerne. Es ist ein Comedy-Podcast und zwar, ähm, ein Podcast darüber, wie man Jokes schreibt oder wie man auf Bits kommt und wie man die zusammensetzt oder verbessern kann. Und, ähm, beschäftigt sich eigentlich mit der Kernfrage, die wir uns alle mal stellen sollten. Ist das ein Bit? Weil viele Sachen, äh, die man so auf der Bühne sieht, sind halt eigentlich kein Bit, ne? Also, da hat man sich die Frage auch nicht gestellt. Und, ja. Also, die Frage, die sich stellt, ist, ich hatte eine Idee für eine Prämisse. Genau. Äh, und ist da genug Potenzial da, um, um da was rauszuholen? Genau. Und, ähm, die, das besprechen wir im Podcast und manchmal führt es auch zu nichts. Manchmal, ähm, durchbohren wir so eine kleine Wand und, ähm, dann kommt was dabei raus. Aber, äh, was es auf jeden Fall tut und es ist auf jeden Fall immer auch ein Highlight in meiner Woche. Also, es macht mir sehr großen Spaß, den Podcast zu machen, weil ich es auch machen würde, wenn da keine Mikros laufen sollen. Wir sprechen einfach gerne über Comedy und über Witze. Ähm, was es auf jeden Fall schult und trainiert, ist so ein, äh, Muskel, ähm, nämlich zu schreiben und sich Gedanken zu machen über Material. Und das ist unfassbar wichtig. Und ich denke mir auch immer, weil Basti echt ein sehr guter Comedian ist und, äh, einen super Kopf für sowas hat. Ähm, denke ich mir oft im Podcast, ah, schade, ich habe jetzt gerade nichts dazu, aber die Idee ist mega und ich sollte mich weiter verbessern, weil, ähm, wenn Basti da mit Ideen ankommt, denke ich mir oft so, oh, das ist gut, das gefällt mir. Warum habe ich die Idee nicht? Ja. Ja, nee, äh, das ist, äh, wie findest du, wie fandest du das, als das erste Mal ein Gast bei euch im Podcast war? Oh, das fand ich megacool. Also, das hat die Folge wirklich auch viel besser gemacht und den ganzen Podcast gerettet. Nee, äh, ich muss aber sagen, der Podcast hat eine andere Dynamik, wenn ihr, wenn ihr Gäste da habt, die hattet ihr auch, Palk, äh, schon bei euch. Ja. Ähm, weil Basti dann so ein bisschen das Gespräch führt und du bist einfach ein, ein perfekter Chime-In-Comedian. Ja, genau, also, ähm, den Titel habe ich jetzt verliehen bekommen, ähm. Völlig zu Recht. Muss ich bald noch mit Zach Galifanerkes die Pokalübergabe machen. Äh, nee. Das ist so wie der PGA-Award, dass der vorherige Gewinner den überreichen muss, dem nächsten. Ja, genau, ja. Ähm, nee, mit solchen Lorbeeren will ich mich, äh, gar nicht schmücken, aber, äh, genau, dass ich bin jetzt ein bisschen, habe jetzt so den Stempel bekommen als Chime-In-Comedian, aber das habe ich auch schon, ähm, in meinem Podcast gesagt, ist das ein Bit, immer, äh, sonntags auf Podcast-Apps, äh, dass ich, ähm, das auch so ein bisschen abschütteln will, weil ich will nicht nur Chime-In-Comedian sein, ich will schon auch ein normaler Comedian sein, weil, ähm, ich glaube, äh, nur mit Chimes kann man kein Special machen. Nein, aber, äh, aber trotzdem, ich meine, Zach Galifanerkes hat ja auch, hat ja auch so ein, schon, auch wenn seine Specials immer so ein bisschen abgefahren sind, äh, ist er ja auch in dem Sinne Comedian, Touring-Comedian. Ja, gewesen auf jeden Fall, ja. Ja, auch ein Andy Richter macht andere Sachen als Chime-In's. Ja. Nur weil du gut bist mit Chime-In's, heißt das nicht, dass du, äh, auf deine Chime-In's reduziert werden musst. Ja, genau, genau. Ähm, auf jeden Fall ist er, ähm, liebe ich den Podcast und, ähm, es macht wirklich großen Spaß, den zu machen und, ähm, es, äh, glaube ich, hat auch dazu geführt, dass ich mehr schreibe, also, weil du kannst auch nicht so, das ist nämlich blöd, wenn du auch dann deinem, deinem Co-Host gegenüber, wenn du einfach mit nichts ankommst, das ist schon blöd, dann hat man ein schlechtes Gewissen. Natürlich kann man sich auch nochmal an alten Ideen versuchen, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich produktiver bin, als ich es eigentlich wäre. Und, ja, so Disziplin ist schon auch immer so eine Sache, ähm, dass man dann, dass man dann wirklich auch Sachen hat, an denen man arbeiten kann und es dann auch macht. Aber, wie gesagt, so life gets in the way sometimes, aber, ähm, äh, was ich auch nochmal sagen wollte, so generell für Comedy 2019 zwei der besten Sachen, oder eine der besten Sachen, die für Comedy 2019 passiert sind. Und den Podcast hören ja auch viele Leute, die, die sich dafür interessieren, ähm, wie man, wie man Sets macht und so, sind wirklich, finde ich, für mich die, die Twitter-Tipps von Gary Gallman. Ähm, seitdem der angefangen hat, irgendwie am 1. Januar, äh, diesen Jahres das zu machen, kam wirklich jeden Tag ein Tipp, der hat das wirklich durchgezogen und da waren wirklich, da war Gold dabei, da waren so gute Ratschläge und Tipps dabei, wie man, ähm, ein guter Comedian wird. Ähm, sowohl auf der Business-Seite, die ich bis jetzt ziemlich vernachlässigt habe, ähm, als auch auf der kreativen, ähm, wie schreibt man Gag-Seite. Also, das ist wirklich, ähm, wahnsinnig hilfreich. Deswegen, Gary Gallman auf Twitter. Ähm, äh, ich glaube, es hätte er jetzt nicht gebraucht, dass sie ihm jetzt, äh, durch meine Empfehlung... Dass wir ihm jetzt einen krassen Push geben. Ja, ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich jetzt sieben neue Followern. Ja, ähm, aber du hast sie angesprochen, die, die Business-Seite und das bringt mich zu meiner traditionellen letzten Frage in diesem Podcast. Johannes Steißlinger. Ja. Comedy-Autor, äh, Soon-to-be-Comedy-Legende. Nee. Äh, was ist dein kurz-, mittel- und langfristiger Karriereplan? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ähm, ich habe mir hier, äh, auch aufgeschrieben, Business-Seite, dann Pfeil-Krise-Ausrufezeichen. Ähm. Äh, ja, formulier doch mal aus, was das heißen soll. Wo wir wieder bei einem von meinen Catchphrase-Wörtern sind. Ähm, also... Und der Titel von deinem ersten Solo-Programm. Business-Seite-Krise. Vielleicht nur Krise. Jetzt auf Amazon Prime. Äh, ja, nur Krise, ja. Das trifft es aber sehr gut. Das neue HBO-Special. Krise. Das Problem ist halt, dass Leute von der Business-Seite das irgendwie produzieren müssen, ne? Ja, ja, das ist ja das. Deswegen hast du dich auch für den, in Deutschland besten, beste Form entschieden und ein HBO-Special gemacht. Ja, genau. Ähm, also, es sieht bei mir momentan so aus, dass ich, äh, so gut wie ausschließlich, äh, Open-Mics mache, um einfach, äh, Übungen dafür bekommen, zu bekommen, wie man Stand-Up macht. Und Jokes zu testen, ähm, zu schreiben und aufzutreten, das sind für mich jetzt die wichtigsten Sachen zurzeit. Und ich hab jetzt noch nie selber so mich arg viel beworben, um so Mixed-Shows zum Beispiel oder, äh, irgendwelche Spots, ähm, irgendwo zu spielen, um damit irgendwie Geld zu verdienen. Weil, darum geht's mir jetzt, äh, noch nicht. Und ich hab auch neulich zu jemandem im Gespräch gesagt, so, ich kann mir auch vorstellen, mit 59 Jahren Stand-Up zu machen, ohne Geld dafür zu bekommen. Also, äh, das war dann für die andere Person auch ein ziemlicher, ähm, Mindfuck. Also, die war mich ganz entgeistert angeguckt. Aber für mich ist halt wirklich die Leidenschaft groß genug und einfach der Hunger danach, jetzt das zu machen, momentan wirklich da, dass ich, ähm, mich das auch sehen könnte. Aber natürlich, wenn, also das Problem ist halt, wenn man was den ganzen Tag machen will, dann wär's natürlich auch gut, wenn man Geld dafür bekommt, weil man, man muss ja auch von irgendwas leben. Ähm, aber, äh, genau, momentan mach ich eigentlich nur Open-Mics und, ähm, keine anderen Shows und hab auch diese Business-Seite, ähm, immer so von mir geschoben und mich nie so richtig damit beschäftigt, was auch zum Teil ein Fehler war. Aber kommt natürlich auch aus dieser Ablehnungshaltung, weil ich halt schon weiß, wer an dem, an dem Business-Ende von der ganzen Sache halt sitzt. Und es sind halt oft Kehrichte, noch ein kultiges Wort am Ende untergebracht, Gott sei Dank. Ähm, war schon wieder eine zu lange Pause, ähm, die halt Hack-Müll feiern und den dann auch produzieren wollen und überhaupt gar kein Gespür haben für originellen Shit und gute Comedy, leider. Ja, aber, ja, ähm, es ist ja so, dass du, also, äh, es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt, also ich will's ja gar nicht Business-Schritt nennen, weil ich, dass diese Einstellung zum Geld verdienen, wie du sie hast, äh, hab ich mittlerweile auch, seit ich, seit ich halt auch einen Comedy-Job habe. Ja. Ähm, und du kannst ja auch immer noch, also wenn du wirklich als, als freiberuflicher Autor dann irgendwie Geld verdienst, äh, weil du hast jetzt genug, genug Referenzen, um das jetzt auch nochmal richtig, richtig Gas zu geben damit, denke ich mal. Stimmt, ja. Ähm, dann hast du ja, dann machst du quasi beruflich, dein, dein Hirn in diese Richtung anzuschmeißen und kannst dann, verdienst dann mit Comedy dein Geld, nicht mit Stand-Up, aber mit Comedy. Ja. Und hast dann quasi die finanzielle Basis, um dir ganz speziell auszusuchen, welche, äh, Business-Reisen du jetzt antrittst und welche Shows du spielst und welche nicht. Ähm, und vor allem, äh, da geht's jetzt nicht nur darum, ob, äh, ob die Leute jetzt, äh, äh, irgendwie Hacke-Sachen fördern wollen, sondern da geht's eher drum, auch, äh, ein bisschen auf dein Publikum, äh, also, weil wenn du, es gibt so viele Shows, mit denen du Geld verdienen kannst, die vor, äh, 100 Leuten stattfinden, die alle um die 60 sind. Ja. Und die wollen Hack-Scheiß hören, weil die kein Facebook haben und denen kannst du deswegen die ganzen Facebook-Gags erzählen, die wir den ganzen Tag lesen. Ähm, und, äh, genau. Genau, aber wenn du jetzt sagst, ich will von Stand-Up leben, musst du diese Shows spielen. Ja. Da wirst du einfach nur todunglücklich. Ja, ich glaub, das wär schwierig, das mit meinem Gewissen zu vereinbaren. Genau. Aber das ist halt das Schöne, wenn du halt dann einen Job hast, mit dem du, äh, der im besten Fall auch was mit Comedy zu tun hat, ähm, der dich aber, was das Stand-Up-Ding angeht, komplett kreative Freiheiten lässt, dann kannst du dich ja einfach, äh, einfach quasi, und einfach nur darauf konzentrieren, der bestmögliche Comedian zu werden. Und dann kannst du halt die Berliner Open-Mic-Szene immer wieder auschecken, um da halt deine Kontakte zu knüpfen. Du kannst mal nach Köln fahren und da die zwei wöchentlichen Shows spielen. Ja. Äh, und, äh, dann kommst du schon rum. Mhm. Ähm, du kannst auch in Berlin die Showcases spielen, wo du halt dann, äh, keine Ahnung, wo halt der Hut dann aufgeteilt wird, wo du halt dann auch ein bisschen was, wo du dann vielleicht irgendwie deine Hinfahrt gezahlt bekommst oder so. Ähm, sowas schon. Und dann lädt dich halt mal jemand ein, den du auch cool findest und wo du auch weißt, dass das dann irgendwie eher dein Publikum ist und sowas. Und dann kannst du dich ja ganz bewusst dafür entscheiden, zu so einer Show mal hinzugehen. Ähm, aber, ähm, ich denke, da kann man sich echt einfach Zeit lassen, um sich zu sagen, äh, ob man denn jetzt wirklich, äh, jeden, jeden, jedes Ding annimmt, bloß um es angenommen zu haben und vielleicht ein bisschen was damit verdient zu haben, muss, muss nicht sein, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Also da hast du mit vielen Sachen echt recht. Das, äh, klingt alles sehr vernünftig und gut. Ähm, absolut. Ähm, weil wenn man auch irgendwie sowas, was du jetzt machst, ist, finde ich auch, äh, finde ich super. Also, ähm, einen täglichen Job, der was mit Comedy zu tun hat, ähm, einfach um, um so ein gesichertes Einkommen zu haben und der dir dann sozusagen den Luxus ermöglicht, ähm, die Entscheidungsfreiheit zu haben, eigentlich nur bei den Shows zu spielen, einfach weil du es dir finanziell leisten kannst, die dir wirklich Spaß machen. Und wo du weißt, okay, das ist jetzt nicht ein Line-Up, wo ich, ähm, komplett raussteche, so, also auf die Art, wo ich, wo ich, wo ich, wo man halt sieht, okay, die anderen machen halt eine andere Art von Comedy, die du nicht machen willst. Aber ich würde gar nicht, also das ist halt was, was, äh, was, äh, was Basti sehr viel macht und was, glaube ich, auch einfach... Wer ist das? Genau, ja. Äh, was dadurch schon sehr auf dich auch ein bisschen abgefärbt hat, ist, ähm, wenn du gut bist, ist es so scheißegal, wer die anderen Leute sind. Und, äh, sich jetzt da so drauf zu versteifen, wie heck ist der eine und, äh, will ich mit dem spielen, weil der so ein bisschen oder sehr ganz heck ist, wenn du gut bist, ist es das scheißegal, wer die anderen sind. Und, äh, eine Show, zu einer Show nicht hinzugehen, zu einem gewissen Grad, ja, wenn du jetzt merkst, okay, der, aber dann ist auch das falsche Publikum da, wenn der nur solche Leute einlädt. Ja. Ähm, aber, äh, guck lieber drauf, dass du der bestmögliche Comedian bist, anstatt, äh, die ganze Zeit über, über andere Leute und Shows bei denen. Gewisse Leute spielen, zuurteilen, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Bloß ist es halt immer so schwierig, wenn du dann da stehst und das alles mit angucken musst. Natürlich, natürlich. Ich weiß, ich bin das, also, da bin ich komplett bei dir und ich kenne auch dieses Gefühl, dass du einen mittelmäßigen Auftritt hast und dann der mit dem heckigsten Zeug einfach abreißt und du dir denkst, ach, ich lass das, ihr könnt mich alle am Arsch lecken jetzt. Ja, ja. Aber das ist so ein Gefühl, das ist mega ätzend, aber es gehört ein bisschen dazu. Und ich glaube, wenn du den längeren Atem hast, dann wird das am Ende, äh, wirst du da, da, äh, siegreich hervorgehen. Ja, das ist ein guter Ausblick auf jeden Fall. Das ist einfach, das, das, du musst halt das richtige Publikum, äh, erreichen. Ja. Und, äh, wie gesagt, die alten Leute wollen Hack-Scheiß hören und die jungen Großstädter wollen, wollen das Zeug machen, hören, das wir machen. Ja. Und wenn du es schaffst, irgendwann mal in vielen, vielen Jahren die Reichweite zu haben, um diese Leute ausschließlich anzusprechen und dann auch ein Solo hast, äh, das die Leute anspricht, dann ist eh alles gut. Und dann, dann können dich, äh, sämtliche Mix-Shows mal, egal ob es ist oder nicht. Ja, das stimmt, ja. Ähm, aber so generell, was du noch, äh, absolut, das, was du noch gesagt hast mit, ähm, lang- und mittelfristig und so, da wollte ich noch eine Sache dazu sagen, ähm, also ich sehe mich schon in der Stand-Up-Welt, also ich sehe mich schon immer als Comedian, aber das Problem ist halt, es ist, es ist sehr schwer, ähm, das zu schaffen und, ähm, dann glaube ich auch die eigenen Erfolgswünsche oder Standards, ähm, zu treffen damit. Deswegen, da hat Mark Merrin mal was ganz Gutes dazu gesagt, wenn man Comedy machen will, ja, ähm, ich glaube, der hat auch den Podcast, ja, äh, wenn man, wenn man Comedy machen will, dann sollte man sich nicht zu arg auf eine Sache versteifen, auch wenn es jetzt deine Lieblingsdisziplin, sag ich mal, darin ist, ähm, dieses Motto, don't throw all your eggs in one basket, ist, glaube ich, sehr, sehr gut, weil, ähm, es gibt im Bereich der Comedy viele Sachen, die man machen kann, ähm, und die einem auch ein bisschen, äh, Geld dann bringen, und, ähm, zumindest eine Sicherheit, wo, und, ich meine, ähm, wenn die eine Sache nicht so hundertprozentig funktioniert, gibt es vielleicht was anderes, also es gibt Podcasts, es gibt, äh, Autorenjobs, es gibt, äh, die Produktionsseite von Sachen, ähm, also es gibt nicht nur Stand-Up und es gibt nicht nur auf die Bühne, ähm, und, ja, wenn, wenn das eine nicht so mega gut funktioniert, ähm, braucht es vielleicht noch Zeit und dann, äh, kann man so lange noch was anderes machen, es ist jetzt nicht irgendwie eine, die Anerkenntnis einer Niederlage oder so, sondern es ist halt einfach, ähm, manchmal so, äh, dass man dann vielleicht einen Weg geht, äh, um in der Zwischenzeit einem anderen Weg die Möglichkeit zu geben, äh, sich zu eröffnen für dich. Das heißt, ähm, das ist schon gut, wenn man da irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt ist auch und, und sich nicht so sagt, ja gut, wenn ich jetzt, ähm, bis 2034, um, äh, mal noch an, an das große Lob und, äh, den Shoutout von, von Hans anzuknüpfen, ähm, ähm, dann doch nicht so ist, dass ich da bin, wo ich jetzt gerne hin will und wo man, äh, mich jetzt auch ein bisschen, äh, äh, hingestellt hat in welcher Ecke, dann, ähm, äh, ist es jetzt auch kein Weltuntergang und es ist nicht alles, äh, sofort aus und dann ist man nicht gleich, äh, erledigt sozusagen, sondern dann wird es halt 2037. Ja. Wäre schon bitter, aber. Äh, aber ich glaube, ein, ein schöneres Schlusswort hätte ich, hätte ich nicht schreiben können. Ich bin 100%ig bei dir, was das, äh, was das angeht. Äh, you do you und, äh, alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank, ja, vielleicht machen wir mal in, in, äh, äh, 21 Jahren oder so, so ein, äh, so ein, äh, so ein Podcast, so wie Mark Norman und Joe List haben, äh, so Tuesdays with Stories, wo man einfach, äh, bespricht, was man auf Tour erlebt und, äh, wie es, äh, letzten Samstag in der Olympia alle war. Ähm, ja, genau das werden wir tun. Sehr, sehr bescheiden, auch das Ende, das ich jetzt komplett ruiniert hab mit dem davor. Ähm, soll ich noch, äh, irgendwie, hab ich Michelle Wolfe schon gesagt? Nein, sag mal Michelle Wolfe. Äh, Michelle Wolfe und, äh, was ich noch sagen wollte, ist immer mega geil, wenn man, äh, äh, originelle Comedians killen sieht. Das ist eigentlich so fast das Beste, ähm, was man, äh, erleben kann, weil dann denkt man sich immer so, ah, ich muss härter arbeiten. Und es geht mir ab und zu so, und es geht mir auch so, wenn ich irgendwie jetzt, ähm, ähm, ja, gute Bits, äh, sehe, die irgendwie, ähm, so mit Werbeanzeigen auch zu tun haben oder so, wo man sich dann denkt, ah, shit, warum hab ich da nicht dran gedacht? Das ist auch dieses George Carlin-Ding, so auch bei schlechten Comedians, denk ich mir manchmal so, meistens haben die dann doch einen Joke, wo man sich denkt, ah, den hätte ich gern. Und, ähm, ja, man sollte es nicht, ja, äh, ich glaub, das war alles und, ähm, ich liebe Comedy und danke für die Einladung. Äh, sehr gerne. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, dankeschön. Hat Spaß gemacht. Sehr gut, das ist die Hauptsache. Ich hoffe, wir sind durchgekommen mit deiner Liste. Ja, ich glaube, ja. Und, äh, dann sehen wir uns zwei- bis dreimal die Woche auf irgendwelchen einschlägigen Okumal-Themen. Ja, ich freu mich. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.